Ja, wo sind wir hier? Wir sind immer noch im Atlantis. Wir sind jetzt hier im Seafire, das ist eines der besten Steakhäuser in Dubai. Also nicht nur im Atlantis, sondern auch in Dubai. Und wir freuen uns natürlich heute auf eine halbe Kuh. Hallo, good evening, I'm fine, and you? So in Seafire, we do our own dry-aging on steaks. So the dry-aging process is just to intensify the good flavors and making sure that we serve the best quality of meat. So you have your tumblewok steak, I would recommend having one of those, and then maybe a few ribeyes and fillets on the table. We do focus on australian meat, which is very good, very well marbled. So far? I have the same fridge, salt tope. Same one. Same one. We have the same one. Amazing, that's great. So you know the good stuff, right? This is the best. Yes. Amazing. And this is salt. Yeah, so at the bottom you add the salt blocks, and that is to capture the moisture, the humidity, you can say. So just to make it a little bit more warm. So there's no excess. Oh, it looks great. We have only one. You have two. You have the New York strip. You have three. Strip line. Yes? Yes. Then the line. All right. So if I may take it to the table. This looks even amazing. Look, look, here they have the strip line. Yeah, yeah. New York strip. Yeah, but I don't want to dry it. Okay. It's the warmest spot. Yeah, it's cold. Yeah, it's cold. Yeah, I'll put it on the grill. So. Yeah, that's the table in the first row, right? Yeah. Oh, thank you. That's the Seafire-Tisch. Thank you. So you can see how we also focus on having the best menus in Atlantis as well. So if you... Oh, shit. Die haben ja auch Licht, da brauchst du kein Handy. Und keine Brille. Und keine Brille. Das ist ein bisschen hell, ne? Oh, schau ein Eier. Das ist ein dunklerer. Rechts ist der Dimmer. Der Knopf da. Rechts. Schau ein Eier. Siehst du den nicht? Den musst du doch sehen. Also hier sind wir auf jeden Fall in keinem Fischrestaurant. Hier ist natürlich ganz klar Hauptspeise, Fleisch. Die Vorspeise muss natürlich auch als Fleisch bestehen. Und die Nachspeise, schauen wir mal, ob man Eis als Fleisch auch noch hinbekommt. Oh, thank you. Ich hab kein Bock auf. Okay, heute sollte man in jedem Fall Fischrestaurant. Ja. So, before we get the evening started, maybe after, maybe some stiller sparkling water, maybe a nice glass of champagne. No, sparkling water is perfect. Sparkling water is perfect. I'm vegetarian. After the world, first we party. No, it's finished. Yeah. We can drink it right now, right? Amazing. We have a lovely wine cellar here behind us. Okay. So we can maybe do a little wine tasting for you even as well. Okay. And then we can select your bottle of wine or glass and wine or acid. Yes. Okay. Super. I'm vegetarian. You're vegetarian. And I'm vegan. One vegetarian. No, they're making jokes. You know, the jokes. Amazing. We can call you a taxi as well, right? We can call you a taxi as well. This was quite fast. This was quite fast. She died for me. Amazing. And every day she wants to eat me. This is too much but I tell her sometimes, please, three, four times in a week that's enough. Okay, she is eating lunch and eating. Wir haben Chef Raymond in der Hintergrund. Chef Raymond ist Chef de Cuisine. Ich werde ihn später sprechen. Wer ist das? 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 Ja, ich werde ihn später. Er ist nur in der Küche. Aber er wird kommen und mit euch sprechen. Aber was ist das? Ihr könnt mir vorstellen. Ihr könnt mir vorstellen. His Mutter ist Malaysian und sein Vater ist von Hongkong. Aber er ist in Schottland. Er ist eine Schottische Nationale. Schottland, ja. So, die Worte und die Gesichter sind immer ein Worte. Aber ja, er kommt raus. So, ich werde ihn Sparke mit dem Wasser. Und dann können wir mit Chef Raymond. Ja, guten Abend. Guten Abend. Hallo. Willkommen bei ZFIRE Steakhouse. Danke. Wir freuen uns auf euch ein gutes Steak heute Abend. Ja. Du bist in guter Form? Ja, ja, ja. Wir servieren alle. Das ist gut. Das ist gut. Können wir alle Fleisch hier essen? Ja. Wir wollen alle Fleisch essen. Ja, wir haben alle Fleisch essen. Ja, wir haben alle Fleisch essen. Ja, Fleisch essen. Ja, Fleisch essen. Nicht Mensch essen, sondern Fleisch essen. Ja, gut. Wir haben das ja jetzt gerade schon gehört hier vom Direktor vom Restaurant. Eine vegetarische Tochter ist im Grund, ein Taxi zu bestellen. Und dann ist sie hier im falschen Restaurant. Das heißt, meine Kinder können keine Vegetarier sein, weil die sind ja von mir großgezogen worden. Wir kennen das Sprichwort ja, der Apfel fällt nicht weit vom Start. Die haben einen mega Salat hier, okay? Bist du bereit? Und ich habe gehört, dass Skydiving muss der Burner sein. Mama, ist mir schon klar. Ich schwör's dir. Daniel? Gehst du? Ja, ich mach das. Ich mach Skydiving. Ich schwör's dir. Papa, hörst du mir zu? Guck mal, hör dir mal diesen Salat an. Seafire Salat. Wir brauchen ein kleines Glas Baldrian. Sorry. Oder Jägermeister. Was denn? Something. Wir haben große Probleme mit meiner Frau. Ich glaube, der Chef kommt mit seinem Fleisch. Oh, Raymond. Ja. Oh, Raymond. Ja. Wir starten hier. Das ist unser Quartnerhaus. So, wir haben das Filet Mignon an dieser Seite. Und dann haben wir das Stripwein an dieser Seite. Hier haben wir das Ribeye. Das ist ein Black Bonnachs Ribeye von Ranger Valley. Das ist ein WX Wagyu Stripwein. Wie Sie sehen, die Marbling an dieser Seite. Und dann ist das Tenderloin. Und auch von Ranger Valley. Tomahawk. Das ist der Tomahawk. Ja, ich weiß. Ist das für dich? Das ist mein Frühstück jeden Morgen. Das ist mein Frühstück. Das ist mein Frühstück. Das ist mein Frühstück. Das ist mein Frühstück. Das sieht sehr gut aus. Das ist mein Frühstück. 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 Das sieht aus wie Popcorn mit Fleisch. Merci, Merci, Cherie. So, here we've got the Anusbush. Ah. Das ist aber groß. Das ist ja schon. Das ist mein Frühstück. Das ist mein Frühstück. Das ist mein Frühstück. Das ist mein Frühstück. Enjoy. Thank you. Popcorn. Wie essen wir das? Popcorn isst du mit den Fingern? Aber ich glaube, ich brauche einen Lümpel. Ach, kann man das trinken? Ja. Ach, das trinken wir mal. Das ist aber richtig gut. Wenn du durch die Kamelmilch durch bist, wird's tasty. Nein. Bitte? Nein, das ist keine Kamelmilch. Heute nicht. Sehr gut. Mhm. Hallo. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo. Wie geht's dir heute? Gut. Excellent. Willkommen zu C5. Ich bin Rami, ich bin in der Restaurant. Würdest du gerne etwas Römer Wien gehen? Oh, ja. Ja. Wir warten auf den Römer Wien. Das ist das, warum ich hier bin. Yesterday war der Drei Night. Ja. Heute war der Wett Night. Wett Night. Das ist das, ich werde dich voll wett heute machen. Okay. Wir nehmen unsere Maske und folgen. Fully wett. Ja, wir müssen vor der Theke stehen. Ja, klar. Hinter der Theke musst du arbeiten. Oh, guck mal hier. Die sind aber cool hier. Oh, der ist ja geil. Hast du noch Weine gemacht, Robert? First of all, let me introduce the wine cellar. This is one of the top wine cellars in Dubai, which we have almost 380 varieties and 3,000 almost bottles we have in the cellar. Some wines you can see over the top, which the wine is almost like 80, 90 years old wine. And also, normally, can I ask you normally which style of wine you like, gentlemen, ladies? We drink very often the Italian wine because we are living on the border in Monaco. We drink the Tinanello on Elaya. Oh, wow. One of the well-known wines. Sierra Nobel. Wow. That's great. Today, what I'm gonna do for you, I'm gonna make you blind. I'm gonna do a blind tasting for you. Okay. Which is, I'm gonna let you try a couple of wines, which is out of the world. and also to understand your flavors. I'm gonna make you high, which I'm gonna serve you, nobody knows. Yeah? What is this? Ah, you have this. I have this as well in my house. That is the coolest thing. Woher weißt du denn noch, wo das ist? We have not to open the wine. Yes. Den kochen sie ja, den er hat, ist was ganz spezielles. Der ist im Prinzip eigentlich wie eine Spritze. Er geht mit der Nadel rein, pumpt am Ende des Tages Luft rein, und durch die Luft saugt er am Ende den Wein raus. Der Korpen wird dadurch nicht beschädigt. Das heißt, er kann die Flaschen jetzt hier immer noch stehen lassen. Über Tage oder Wochen, die gehen nicht hops. So, funktioniert. Ich habe auch so was geschenkt bekommen. Mein Problem ist einfach, ich offene die Flasche eigentlich und trinke sie aus. Das heißt, ich komme eigentlich gar nicht dazu, den zu benutzen. Hubert, jetzt mach mal eine richtige Weinprobe. Will dir eine richtige Weinprobe? Was denn? Hast du in Dubai spuckt man nichts aus? Nein, nein, nein. Wir sind hier in Dubai. In Dubai musst du trinken. Ja. In Dubai ist es zu schmerzen. In Dubai ist es zu schmerzen. In Dubai ist es zu schmerzen. Aber wirklich? Ja, ich habe das mal gemacht in Köln. Aber ich muss trotzdem wissen, was das hier ist. Robert, ich habe das mal gemacht in Köln. Ja, den habe ich auch nicht ausgespuckt. Danach war es so voll. Da habe ich für dich Weine gekauft. Weil du gesagt hast, du kauf die Weine. Wir waren dir alle zu schade. Weißt du, normal macht man ja die Weine so. Was ist das? Was kommt aus Mexiko? US? Ja. Oder vielleicht ein Mexikaner. Ja. Das ist eine der, die ich mit Ihnen gerne möchte. Das ist eine der, die ich mit Ihnen gerne möchte. Das ist eine Dagrammais Gaya. Das ist eine super Italienische Wine. Gaya. Ja, das ist meine Lieblingswine. Gaya, die WINE ist mein Lieblingswine. Du siehst du auf der Gaya. Die Gaya. Die sind sehr gut, voll-bodied Wines. Ja. Ja. Die sind sehr gut. Die sind sehr gut. Der beste WINE in der Welt ist Gaya. Für mich ist es das beste WINE. Das ist das beste WINE. Ja. Das ist das beste WINE. Ja, also in Dubai kann dir das natürlich durchaus passieren, dass das Steak eigentlich ein Geschenk ist und der Wein eigentlich das ist, was am teuersten ist. Also hier gibt es Weine, die gehen dann hoch bis 10, 20, teilweise sogar 30.000 Euro, die bei uns in Europa natürlich nur ein Drittel kosten und im EK dann nochmal nur die Hälfte. Aber hier in Dubai extrem teuer, dadurch das große Alkoholsteuer berechnet wird etc. Also hier ist Weintrinken echt ein Luxus. Oh, da kommt er mit dem Wein. Oh, surprise, surprise. Oh, this is from a friend of us from South Africa. Normally he is from Cologne, the favorite wine. Yes. You know why he named it as a chocolate block? Why? Because when he is making the wine, he always eats a bunch of chocolate. And he mixes a piece of chocolate into the barrel, the wine barrel, which they made. That's why he named it as a chocolate block. Really? Yeah. This is like the cigars are working. You know how the cigars? Yeah. Why? They make Romeo and Julia. Yeah. You know? Because the cigar was made especially for that couple, Romeo and Julia. No. No. No, 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 no. There was written the book, Romeo and Julia. And so the guy is reading the book and the people are doing the cigars. This was like entertainment. Entertainment in the fabric. Yes. And they do the same with Monte Cristo. Monte Cristo. They read the Graf for Monte Cristo all the time for the people who are working. No music. Because when they play the music, the cigars were wrong. Oh. That's why when I see your face, you are really, I thought you are really a cigar lover, both of you guys, yeah? That's why ... Oh. Das ist gut, wenn immer ich irgendwie dein Wein trinken möchte. Dann wärst du niemals ... Der Papa sieht das. Die Flasche auch. Papa, ich sehe, wenn meine Flasche in halb voll sind. Wieso kriegst du denn so einen großen Schluck Wein? Ja, der gibt mir jetzt alles, was er noch hat. Ich hab nur einen Trotz hingekriegt. Der macht jetzt einen Unterdruck in die Flasche oder Überdruck in die Flasche, damit alles rauskommt. Oh, thank you. Amp wird auch gewählt irgendwann. Ja, aber ... Weißt du, was das Gute ist? Wir können demnächst auch kein Geld mehr ausgeben, weil wir sitzen nur noch zu Hause. Stimmt, aber dann geben wir doch hier alles aus. Nicht alles, aber ein bisschen. Ja, da muss ich mich ja nicht mit dem Banker rumschlagen. Er hat mich heute schon wieder angerufen. Was siehst du? Siehst du, der ruft mich nicht mehr an. Wenn kein Geld mehr da ist, hat er keinen Sinn mehr, mich anzurufen. Aber dann ist der Weinkeller ja voll bei uns. Genau, die haben 3.000 Flaschen. Ich hab 4.000 Flaschen. Mein Weinkeller ist größer als den hier. So. So. Ich weiß, sie weiß, was das ist. Siehst du, der ist sehr hungry, oder? Lisa, was hast du wieder? Was hast du wieder gesagt? Ich kann nichts bestellen. Nein, er hat's gebracht, Carmen, diesmal. Das Kind kann ich dafür. Ich hab nichts bestellen. Okay. Okay. Das ist nicht klar. Okay. So. Once again, here we go with the starters. So. Special request by the lovely Madame. It's a beautiful beef carpaccio. Atlantis beef. Some chopped onions and a little bit of secret dressing. This is Chef Raymond's signature dish, which is the savoury shortbread doughnuts. So it's a beautiful beef doughnut. And then it's been, the meal itself has been cooked for about 48 hours. So super soft. Milks in the mouth. There's a little bit of farmers and cheese on the top. So we're bringing you one without one as well. No, 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 it's okay. Oh, 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 oh. And then this is our sea fire salad. So lovely greens, tomatoes with our salad dressing and fried pizza. This is a little crab cake. So lovely crab meat, deep fried on a corn chocolate. And then this one is our most special one. This is our peanut butter and foie gras jellies. So on the left hand side, you have your seared foie gras. On the right, you have a foie gras parfait. You have a brioche done bread, some peanut butter, and then an onion marmalade to the bakery. Excellent. So we have selected eight special knives from around the world for you to select from. Francis. A signature knife. Personal favorite because you're… I take this, but I don't know if it's good in the moment. So my favorite one is the UAE one. So it was shaped like the traditional Kanjar, the dagger. And then it's only used by the royalty. So if you want to be like the sultan or by like the royal family, we go for a UAE one, man. Another favorite as well is our Japanese one. The most excellent knife, sharpest knife, perfect. Shall we go for that one? I want my German one. So for the sultan or the royal family? Yeah, for the sultan. Yeah, for the sultan. Yeah, for the sultan. Yeah. I want to go away. Although I really don't want to go away. I don't know. But I know that Robert's Bart now is very nerve. With the mask. With the mask. With the mask he's very scared. He's swimming down there. And then I want to go to the barbier. To whom? To the barbier. To the freezer. I want to have a barbier. Friseur? Nein. Bartfriseur. Wie heißt der denn der Bart? Barbier. Barbier. Hab ich Haare im Gesicht oder was? Nein, aber auf der Zähne. Ja, es wird jetzt langsam Zeit für den Hauptgang. Wir haben ja schon gesehen, das Steak ist gegrillt worden. Es dampft jetzt noch ein bisschen oder es gart noch vor sich her. Und das tut jetzt mittlerweile geschlagen eine halbe Stunde. Und wir hoffen, dass wir das Ganze jetzt mal auf den Tisch bekommen. So we have our selection of, we have one Tomahawk under there. And then we have the Atlantis Tenderloin. And then we have a lobster Thermador on top. Raymond, what can I say? Hey, this is amazing. Wait, 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 wait. I have to make a picture of this. Where is your stripper? It's coming. You have a separate one, especially for you. Oh, truffles. Yeah. Oh, wow. I love truffles. Enjoy. Hope you're hungry. Thank you. Thank you. Raymond, this looks really good. We have a selection of sausages as well coming. Creamed spinach, a couple of chips, asparagus, some broccolini and a mac and cheese as well. Who can eat this? Amazing. If you need anything else, please let me know. Yeah, we need some people to join us. Yeah, yeah. You have a whole family crew here. Thank you. Guys, enjoy your evening, yeah? Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Let me know cookies. Oh, yeah, 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 yeah. Hey, that's good. Hey, that's good. Hey, that's good. Can we have doggy bags? Can we have doggy bags? You have doggy bags? Mama. 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 Mama, bitte. Wenn du noch ein Wort sagst, steh ich auf und dann musst du das alleine hier zwei essen. Okay, war das richtig peinlich? Bon Appetit. So, irgendwann mal reicht das. Wie ist das jetzt ein Spaß? Hier, Davina, ich hab dir den Käse weggetan. Ich hab diesen Löffel nicht berührt. Oh, das ist Chimichurri. Dann komm ich dir. Aua, aua. Passt. 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 Danach platzen wir. Ich schwör's dir. Wir werden platzen. Wow. Wow. Ja, nach mehr geht nicht, kommt natürlich, man sieht's, es kommt immer mehr. Jeder kann immer noch einen draufsetzen. Das haben sie heute hier im Seafire im Atlantis gemacht. Die haben uns natürlich jetzt heute, ja, die Auswahl von allem auf den Tisch gestellt. Und damit müssen wir jetzt fertig werden. Jetzt brauchen wir eigentlich noch ein Football-Team, die uns dabei helfen. Ja. Also, jetzt seid ihr raus aus dem Haus. Jetzt möchte ich einfach nur noch genießen. Den Abend noch mal nach vorne. Tschau. Jetzt möchte ich einfach genießen. Ja. 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 Vielen Dank.